Damit ihr in der Agnesis League von Path of Exile richtig geilen Loot bekommt, müsst ihr unbedingt auf folgende Dinge achten. Und zwar, es gibt verschiedene Wege, Rezepte in diesem Spiel freizuschalten. Die sind ein bisschen angezeigt, aber nicht so eindeutig und wie man genau an die großen, dicken Rezepte kommt, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar gibt es ein sogenanntes Cheat Sheet, da sind die Rezepte soweit bekannt verlinkt. Das wird nicht komplett sein, es wird noch andere geben. Das ist das, was ich nutze. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Ansonsten habt ihr auch in-game immer einen kleinen Hinweis darauf, wie die Rezepte in der League funktionieren. Ihr habt die ganzen verschiedenen Tier 1 Rezepte, die ihr erhaltet, wenn ihr das Spiel spielt, die droppen von Monstern immer mal wieder relativ häufig. Ihr seht auch hier Rezepte ohne Rahmen, ihr seht Rezepte mit silbernen und mit goldenen Rahmen. Und diese Rezepte sind für verschiedene größere Rezepte gedacht. Kein Rahmen heißt, dieser Mod wird aktuell in keinem Rezept gebraucht oder du kannst es in keinem Rezept aktuell benutzen. Silberne sind die kleinsten und Gold ist etwas größer für die etwas größeren Rezepte. Und um an die großen Rezepte ranzukommen, müsst ihr erstmal die kleinen Rezepte kombinieren. Das heißt, ihr schaut in dem Cheat-Cheat nach oder achtet hier auf eure silbernen Rahmen, um erstmal die großen aufzubauen, kombiniert dann die goldenen und so weiter, um den geilen Loot zu bekommen. Das ist ganz wichtig, um wirklich gute Currency zu bekommen, den ganzen guten Loot. Gut, ihr müsst natürlich dann auch einen entsprechend starken Charakter haben, denn ansonsten hauen euch die Monster ganz schön auf den Latz. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein Mod nehmen, Malediction und Dead Eye ist zum Beispiel eine Kombination, die wir benutzen können, die dann zum Necromancer führt. Das ist eine Tier 2 Mod, deswegen ist die auch so Gold umrahmt. Also Silber, Tier 1, Tier 2 und dann geht es noch weiter. Und wenn wir die beiden kombinieren, Malediction zum Beispiel und den Typen hier Spawn, dann können wir dem kurz aufs Maul hauen, dann ist das erledigt. Und wenn wir dann hier wieder reingehen, dann sehen wir, jetzt ist nur noch Dead Eye gehighlighted, weil nur noch die Kombination aus Malediction und Dead Eye uns dieses Rezept voranbringt. Das heißt, wir kombinieren diese beiden und kriegen dann den Necromancer Mod, berausgesetzt wir überleben den Fall. Den Necromancer Mod war es nicht, es ist der Draught Bringer Mod, aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wiederum, wenn wir jetzt andere nehmen, wir nehmen jetzt hier mal Garganturen, Monster werden natürlich auch immer stärker. So, und dann gehen wir zum nächsten. Ein paar Gegner, die machen wir mal weg, dass die hier nicht gleich stören. Wir sind Righteous Fire, die werden so oder so werden. Und dann bleibt wieder nur Vampiric. Das heißt, Garganturen und Vampiric ergeben auch wieder ein Rezept und droppen ein Tier 2 Rejuvenating Modifier. Das ist dann einfach. Und so bekommt ihr dann immer wieder höhere. Also auch, wenn ihr am Anfang nur zwei Sachen kombiniert, dann könnt ihr zwei neue Sachen freischalten, denn ihr habt ja vier in jedem Map offen und umso größer dann die Rezepte werden, umso mehr Materialien braucht ihr. Und so kommt ihr richtig in der Arknemers League voran und macht geiles Gear. Bis dahin, macht's gut, haut rein und Peace out.